Hänsel und Gretel verliefen sich im Wald. Hey, hör mal auf, jetzt Esel mit dem Lied zu singen. Wir verlaufen uns nicht im Wald und weder du bist Hänsel noch ich bin Gretel. Du bist die Gretel, das wusste ich doch schon immer. Halt jetzt den Schnabel. Hallo Samuel, hallo Noah und Konrad und die Eltern. Hier ist das Eselchen und hier ist der Martin. Wir sind hier mitten in der fränkischen Schweiz. Sehr viele und sehr schöne Wälder. Wir drehen jetzt mal. Nicht so schnell wird mir schwindelig. Da sind wir hergekommen und da wollen wir hin. Heute wollen wir nach Kalchreuth. Das ist kurz vor Nürnberg. Nürnberg soll eine schöne Stadt sein für Esel. Da war ganz früher mal ein ganz großer Esel. Der meinte, der konnte da, naja, ganz komische Sachen machen. Jedenfalls uns geht's klasse. Wir waren gestern in einem Gasthof mit einem Wanderquartier. Viele, viele Betten in einem Zimmer. Das war toll. Martin sagt, so sehen auch schon die Pilgerherbergen aus. So, heute haben wir noch so 24 Kilometer. Die wollen wir jetzt angehen. Macht's gut, ihr Lieben. Wir hören uns wieder. Tschüss. Herr Junge. B Vielen Dank.